Die landen wirklich auf der Center. Das ist ja mal ein Spektakel. Schade, ich habe den Swing Over leider nicht filmen können. Mit bloßem Auge habe ich es gesehen, wie schnell er das gemacht hat, der Airbus. Uiuiuiuiui. Die war nicht so sanft, die Landung, oder? Ich würde mich jetzt mal interessieren, ob die jetzt über ALS gelandet sind oder ob das jetzt ein Sichtanflug war. So, auf geht's, weiter geht's. Er muss jetzt gleich kommen. Da ist ein Ranking-Hutter. Platz Nummer 1. Da kommt er. Da kommt er. Da kommt er. Da kommt er. Da geht's. Da kommt er. Vielen Dank. Wachstum Ich würde sagen, fast wie früher, ne? Wie vor Corona. Platz Nummer 1, 2680. Folgen den Riesen auf Flightradar. Wird auf Kilo 10 abgestellt. Das ist grün mit Cargo City Süd. Wird auf Kilo 10 abgestellt. Wird auf Kilo 10 abgestellt. Und wieder die Browse 10 abgest utanμε. Wenn ich jetzt mal hier. Wird auf Kilo 10 abgestellt. Und jetzt im Krebs auf Kilo 105 abgestimmt. Und jetzt in der Riesen. Sog wie gerade die Browse 10 abgestellt. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Und dann geht es für ihn wieder weiter nach Manila.